Wenn Ihnen das gefallen hat und Sie da ein bisschen was mit anfangen können, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar. Wir freuen uns auf regen Austausch. Sie können es auch gerne weiterleiten. Es gibt viele Menschen, die mit Kindern arbeiten möchten und sinnvoll fördern wollen. Wir sind da und wir freuen uns auf Sie.